Freak Peek Freak Peek Freak Peek Freak Peek Freak Peek Freak Peek Peek Diese Woche gibt es mal wieder zwei Spiele Eins davon ist Freshly Forced Das ist dieses hier Es soll wohl irgendwie ein Puzzle Spiel sein oder so, wo wir Die 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 Na Deutsch Hm Die Fließbänder aufbauen müssen um irgendwie Donuts herzustellen Keine Ahnung, werden wir sehen Äh, der Heiko war leider ein bisschen verplant, deswegen mache ich das diese Woche mal Äh, ja, ich würd sagen, wir springen einfach rein Mal sehen, was hier so passiert Es kann so schwer sein, dass ich meine Meinung ausbrechen Okay Also komme ich zu diesem Meadow And look up at the sky I pretend my jumbled head is floating in the clouds As a simple donut factory I can take my time to sort out Will you help me? Okay Let's not tuck it down Now, sweet Now click the play button in the top right to get this factory running Okay So, so eh You made that look so easy You made that look so easy Well, yeah It's fine But Things is cool Ooh, time for frosting I love frosting Now we need to pass by the frosting station Okay 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 Let's see Now I have to tap the door Awesome And just nice Sprinkles Sprinkles Squeakers Frosting first Then sprinkles You know Or the sprinkles don't stick A Gibson So first Frosting Then sprinkles Then sprinkles Äh, wie mache ich das am besten? Das wird ja schon ein bisschen schwieriger. Geh hier rum. Aber dann kann ich über die Diener drüber? Ich glaube nicht. Nee, das wird nichts. Ah, okay. Äh, vielleicht ist es wieder so. Ah, hätte das hätte ich auch einfach machen können, ja. Äh, jetzt geht's schon los mit, äh, etwas schwierigeren Sachen. Ah, ah doch, das klappt. Zuerst die Glasuhr, dann die Sprinkles. Ja, jetzt haben wir's. Es dauert jetzt aber Ewigkeit. Danke. Okay. Spring is so lovely. The pastel sky right now is my favorite. Okay. Ja, okay. Äh, okay. Okay. Ich würde so weiter folgen, dann auch nicht. Genau. Ah, okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Okay, nach dem Frosting und Sprinkles kommt Whipped Cream. Don't ask me why the Whipped Cream doesn't fall through the hole. Okay, Schlagsahne. Sollte doch zu machen sein. Zuerst Glasur, gehe ich hier rüber. Okay, hier, dann hier, okay. Klappheit. Das nächste Puzzle. Did you know that Donuts are usually fried? I used to think they were all baked. Äh, nee, das wusste ich jetzt aber, dass sie frätiert sind. Okay. Das sieht auch relativ einfach aus. Bim. Das ist so schmolze, Schlagsahne. Oh, right. Wollen wir mal. Ooh, Cherries on top. Jetzt kommen wir noch Kirschnitz. So, das ist Frosting, Sprinkles, Whipped Cream, then Cherries. Okay. Sollte doch zu machen sein. Ich gehe hier. 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 Blech. Frostbool. Ei. Awesome. Und ein Cherries on top. Vielleicht sehen Sie, dass Dinge ein bisschen mehr verabschieden sind, als wir weitergehen. Ja. Kein Problem. Mach ich doch gerne, glaube ich. Mal sehen. Eine Glasursprinkel. Oh, und da müssen wir, wir müssen am besten von der linken Seite. Ja. Oh, fast das ganze Feld vorher gemacht. Oh, fast das ganze Feld vorher gemacht. Aber vor allem. Wenn wir alle diese essen könnten. Hm. Ja. Wäre... 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 Danke. Danke, dass du jetzt ganze Arbeit auf mich abwälzt, dir. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen Platz, also kann ich nicht einfach so rüber. Was ist das letzte? Die Kirsche, also wäre am besten, wenn ich von hier... Ich gehe so und so. Da freilassen. So, okay, ich probiere es einfach mal. Einfach einmal so rum. Dann habe ich die Streusel, dann gehe ich... Nein, das war schon wieder falsch. Zurück, zurück. Oh Gott. Ah, Moment, ich sehe es. So rum, zur Schlagsahne. zur Kirsche und zum Lieferdingens. Hey, sollte sein. Das sieht gut aus. Danke. Das sieht gut aus. Ich denke. Dinge können richtig schnell aufheben, ich glaube. Ich denke. Ich denke. nach unten muss ich mir frei halten, also kann ich dann... hier lang... ... ... ... ... ... ... ... ... ... das hier kann ich ja das kann ich benutzen wie soll ich denn das hier machen vielleicht ist es besser wenn ich so dann hierherum einfach mal probieren so muss ich im besten das hier auch noch frei da kann ich so okay noch ein zweiter so wie es gut aus glaube ich mal sehen das war das Wort schlagsame Kirsche Perfekt Looks good 200 Box abgeschlossen zeigen dir jetzt alle Dinger die ich vorher gemacht habe Guckt euch das an, ich könnte ein Bäcker werden und zwar bis jetzt eigentlich gar nicht so schwer man musste ein bisschen überlegen mal, aber es ging klar Frühling ist abgeschlossen was gibt es denn noch Box 2 wahrscheinlich Sommer, Herbst und Winter Herbst Abenddämmerung Frühlingsträume 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 Sommermorgen und Nacht es gibt einige Dinger hier noch Frühlingsträume Träume 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 5 5 7 6 5 4 3 2 2 3 Okay Tatsache müssen wir alles nach der Reihe machen Wir werden noch ein bisschen die Box 2 anfangen Ahhhh Summertime Now it's time for even more Donuts at once Sometimes Sometimes you can't solve stuff with just one path You gotta use every oven and every delivery counter Wir haben keinen noch in anbieter diesmal Sweet Danke Oh jetzt wird's hier kompliziert ey Das hier ist nicht so kompliziert, aber das wird, wenn es hier so weiter geht, wird es bestimmt noch mega kompliziert Mmmh, time to make a Frosted and a Plain Donut Live in the simple life Was falsch So, das haben wir wo Oh, right Okay Sometimes there's so much going on in my head, you need to focus to see how it all fits together Kinda like this Okay, 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 das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, alles gut Alles gut Den Stress Den kann ich einfach hier rüber Aber da hab ich keinen Platz mehr Da, oh, ist das essend Okay, ich glaube der Ist Dafür gedacht Oh, scheiße, hier ist er auch noch Hm Okay Nicht so Ich glaub nicht, dass das viel Sinn macht Okay Wir probieren einfach ein bisschen rum Das ist der normale, sag ich Dann Oh Ich glaub, das ist gar nicht so kompliziert Das ist der. Und das ist der. Danke. Ah, du Kacke, ey. Auf jeden Fall, schön. Ich hoffe, es ist ein schönes Summary-Lemon-Hilling. Wo ist, ja, okay, ist auch perfekt. Glasur, Streusel, rein hier. Wo ist das Nächste? Hier sind alle, äh... Nur Glasur dürfte der sein. Ah, das hier ist auch einfach. Und das hier dürfte auch... So. Ja, das sah kompliziert aus, aber wenn man eins nach dem anderen geht, dann geht das klar. Looks good. Oh, they're doubled up. Two frosted and two whipped cream. Where should we start? So, fangen wir an. Äh, da, da, da. Wir fangen hier an. Oh, Moment. Okay, doch. Das dürfte kein Problem sein. Gucken wir mal. Glasur. Das geht hier, nur Glasur. Das geht hier, nur Glasur. Glasur, hier ist Glasur, Streusel, Schlagsahne rein. Und wir tatsache jeden einzelnen Platz hier benutzen. Das geht hier, nur Glasur. Oh, danke. Danke. Das mache ich dann gerne. Das sieht einfach aus. Das sieht einfach aus. aus, als würde das funktionieren. Ich würde sagen, von hier. Okay. Okay. Ich... Wenn ich von hier rangehe, dann gehe, dann... Okay. Es sieht aus, als würde das funktionieren. Ich würde halt so machen. So. 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 Und den haben wir. Mit den gehen wir so. So. Ach, haben wir schon. Und den gehen wir so. So, ok, Start, Vorsprung. Klappt doch, Mensch. Yay! Hey, danke für all deine Hilfe. Du bist großartig. Du bist großartig und du hast echt was auf der Fahne. Ah, ok, das ist jetzt das letzte Level, was ich mache. Wir wollen ja nicht zu viel Spoilern davon hier. Ok, ok. Wir machen einfach, ganz einfach, das geht so. Scheiße, dass sie falsch rum sind. Ah, aber das klappt trotzdem. Alles gut. So. Das ist so hoch. Mit dem gehen wir hier rum. Das ist nur Schlagzahne. Schon wieder alles ausgefüllt. Sieht mit mir, ist beautiful. Das ist nicht der Sache, was ich hier habe. Ok. Wann das? Nein, ich wusste nichts. Äh, da, 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 da. Muss er überspringen? Erzählung erneut aufspielen? Nein, nein, nein. Spiel speichern und verlassen. Gevorschaut wird bis zu Beginn des Rsels. Wolle gespeichert. B-b-b-b-b, sind Sie sicher? Ja, ja, alles gut, jep. Oh, hat es komplett geschlossen. Ok. Na ja, dann, dann, dann machen wir das so. Das war ein ganz lustiges Spiel. Äh, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr bei Epic bis zum nächsten Donnerstag holen. Äh, wie ihr gesehen habt, es gibt mega viele Level. Ist auch um einiges einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe da so ein paar Videos von gesehen und das sah ein bisschen kompliziert aus. Aber, wenn man eins nach dem anderen angeht, ist das ganz ok. Gut, dann war's das jetzt mit dem Spiel. Das zweite werde ich später auch noch vorstellen. Also, habt einen Blick darauf. Äh, ja, ladet euch runter, wenn euch gefallen hat. Wir hören uns später. Bis denne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.